Yo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Und ja Freunde, heute will ich euch nur mal kurz zeigen, dass der Leon Luzi seine Coins auch wirklich erhalten hat Im Hintergrund seht ihr alle Bronzespieler, die ich ihm abgekauft habe Und somit hat er dann seine 50k gehabt Also ungefähr, ich glaube 48k, aber er hat gemeint, das ist ok, das geht klar, finde ich nice Und ja Freunde, damit beweise ich natürlich auch, dass ich safe bin und dass ich hier keinen Scheiß mache, nur um Abonnenten zu bekommen Ich mache das wirklich, um euch was zurückzugeben, denn ihr unterstützt mich wirklich sehr Ihr supportet mich sehr, sehr, sehr viel Und ja Freunde, das wollte ich euch nur nochmal sagen Dann seht ihr jetzt noch die restlichen Spieler, die ich ihm abkaufe Und ich verabschiede mich schon mal Und ja, bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen Und dann sage ich auch schon, wie immer, ciao Leute FIFO STARS FIFO STARS